Zeit, fortauf! Das ist gut. Ich weiß nicht, wie es sich mit dem Koffer passiert, aber ich möchte eine Pizza sagen. Ich bin vor allem aus dem Gäste. Und jetzt kann ich sagen. Ich bin schon auf. Ich habe mich im Moment. Ich bin schon ein paar Knoten. Ich bin schon ein Knoten. Ich habe mich noch nicht mehr. Ich bin schon zu Hause. Ich bin schon wieder. Ich bin schon wieder. Ich bin schon wieder, weil ich mich schon wieder zurückfassen. Ich bin schon wieder. Ich bin schon wieder. Jesus Christus. Ich habe es nicht so gut, dass ich es nicht so gut bin. Ja. Vielen Dank. 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 Yes! Yes!